Kommt drauf an, wie schwer er getroffen hat, sonst... Nein, es ist der Punkt dazu. Brust. Es ist bitter, das machen zu müssen im letzten Kampf. Und der ist schwer K.O. Da braucht man nicht mehr zählen. Der Arzt muss rein. Der ist schwer K.O. Holt den Arzt. Und rein damit. Und da brauchte man gar nichts mehr. Hier, das war der Treffer. Nochmal die rechte. Und dann da, zack. Voll an den Kinnwinkel. Und dann kannst du danach nur noch vorbeischlagen. Bringt sowieso nichts mehr. Und der fällt so... Wie ein gefällter Baum hier. Der ist schwer K.O. Und hier aus Bern... Alain... C.A.R.B. Fight24. Home of True Warriors.